Das Modell Pfeiffer SP ist mit der Sicherung geschlossen arretierbar ausgestattet. Die Klemme ist mit einer Tragfähigkeit von 300 kg und Greifweiten von 0 bis 45 mm lieferbar. Bei dieser Klemme sind täglich die Greifbacken mit einem Schmirgeleinen abzuziehen. Die Lastoberfläche muss trocken und frei von Schmutz und Schmiermittel sein. Es muss so angeschlagen werden, dass der Sicherungsmechanismus auf der Oberseite der Last platziert ist. Bei geöffneter Klemme muss der Abstand der speziell beschichteten Greifbacken 1 bis 2 mm größer als die Dicke der Last eingestellt und mit der Kontermutter gesichert werden. Nach dem Schließen der Sicherung ist die Klemme fest angeschlagen und die Last kann 90 Grad gewendet werden. Dieses Modell ist für seinen Einsatzfall sehr handlich und leicht.